Leute, ich würde sagen, wenn dieses Video innerhalb der ersten zwölf Stunden 1000 Daumen nach oben bekommt, dann werde ich morgen, bzw. wenn ich schaffe, heute noch direkt ein Video hochladen, wo ich dieses Angebot hole. Alter, die Map sieht ja mal richtig geil aus. Holy shit. So Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ja, wie ihr seht, es ist ein neues, kleines, optionales Update in Brawl Stars dazugekommen. Das beinhaltet unter anderem diesen neuen Hintergrund, aber das ist nicht das einzige, was in diesen Neuerungen dazugekommen ist. Und zwar haben wir neue Skins für Brawler und noch ein paar andere Sachen. Also bleibt auf jeden Fall am Start, lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben da und vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren für Daily Brawl Stars Content. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Los geht's! Also erstmal haben wir hier natürlich die neue Juwelijagd-Map. Und zwar ist das Schneeford, die werden wir auch gleich mal direkt austesten und da ein paar Kämpfe machen. Die sieht schon mal sehr, sehr cool aus, aber das ist nicht das Einzige, Leute. Erstmal haben wir hier im Shop ein fettes, fettes Angebot und zwar das Holiday Pack. Leute, ich würde sagen, wenn dieses Video innerhalb der ersten zwölf Stunden 1000 Daumen nach oben bekommt, und dann werde ich morgen, beziehungsweise wenn ich schaffe, heute noch direkt ein Video hochladen, wo ich dieses Angebot hole. Also smasht jetzt einfach mal einen Daumen nach oben und dann kommt das Video direkt morgen, beziehungsweise heute noch. Ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zu den Brawlern, die sich verändert haben, aber erstmal snacke ich mir... Oh, okay, das wusste ich gar nicht. Also ihr seht direkt hier, ich wollte euch das eigentlich in den Brawlern drin zeigen, aber wir haben hier für Nita einen neuen Skim, für deine Mike, den Mike-Nachtsmann. Wow, den Mike-Nachtsmann, Leute. Dann für Penny, Helferlein Penny. Und einmal ganz kurz hier eben die Ereignis-Tickets. Und das sind die drei Brawler, die hier neue Skins bekommen haben. Finde ich auf jeden Fall sehen sehr, sehr cool aus. Wir gehen die nochmal rein. So sieht Leucht-Nase-Nita aus. Echt extrem, extrem cool. Aber ich würde mir den Skin trotzdem nicht holen. Eine wichtige Info, wenn ihr euch diesen Skin kauft, dann bleibt er für immer. Das heißt, ihr könnt den die ganze Zeit spielen. Das ist dann nicht nur für die Weihnachtszeit jeweils, sondern ihr bekommt diesen Skin oder kauft den einmal und behaltet den dann auch für die komplette Zeit. So, dann wollte ich jetzt einmal gucken bei deinem Mike, wie der dann genau aussieht. Auch sehr cool. Der kostet nur 59 Gems. Sollen wir uns den mal holen? Ich habe sowieso... Also ich habe tatsächlich noch gar keinen Skin. Es gibt zwar ein paar Skins, die ich mir echt mal holen würde, aber muss ich mal schauen. Ich werde das erstmal mal offen lassen. So, und wo wir euch noch gucken, genau bei Penny. Penny, das ist der Helferlein Penny Skin. Auch sehr, sehr cool. Kostet auch 59 Gems. Wir können mal ganz kurz gucken, wie viel es umgerechnet ist. Umgerechnet sind 59 Gems. Ein Skin kostet... Also ungefähr 4 Euro würde ich schätzen. Ungefähr 3, 4 Euro. Aber ich würde sagen... Doch, wir holen uns jetzt... Ein Skin holen wir uns jetzt. Wir holen uns jetzt folgenden Skin. Wir gehen jetzt in die Brawler rein. Und dann holen wir uns für Dynamike den Skin. Den muss ich sagen, den finde ich tatsächlich echt ganz cool. Und ich habe dann... Das ist jetzt tatsächlich dann auch mein allererster Skin, Leute. Und den würde ich sagen, holen wir uns in 3, 2, 1... Let's go! Einmal ganz kurz hier den Dynamike Skin. Sehr, sehr cool, Leute. Ein neuer Skin. Mike Nachtsmann. Sehr, sehr nice Sache. Den werden wir dann auch direkt schon mal auswählen. Und mit dem Weihnachts-Skin, Leute, gehen wir jetzt auch in die Weihnachts-Juwelen-Jagd-Map. Ich würde sagen, let's go! Und das sieht so, so cool aus. Und jetzt passt mal auf. Alter! Die Map sieht ja mal richtig geil aus. Holy Shit! Sehr, sehr geile Sache. Sehr cool. Gefällt mir. Da hat sich Supercell doch mal was Cooles überlegt. So, wir snipen jetzt hier mal ein bisschen von der Side of Life. Holen uns hier mal den El Primo weg. Und da vorne ist eine Penny. Ist das der Penny-Skin? Ne, ist nicht. Ist nicht der Weihnachts-Skin. Aber, perfekt. Wir haben den Crow hier mal mal weggesniped. Und hier hinten kommt jetzt irgendwo der El Primo, genau. Wollte ich doch gerade sagen. So, zack. Da unten ist irgendwo der El Primo drin. Den will ich mal da ganz kurz wegholen. Der nervt ein bisschen. Der nervt. Oh, wow. Das war jetzt... Das war jetzt... Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dass er da auf einmal aus dem Gewüsch kommt. Eigentlich habe ich den ja ein bisschen schon vertrieben. Nur das Problem ist jetzt... Wir haben keine gute Kombo. Wir haben zwei Werfer. Bzw. Drei Fernkämpfer. Das ist tatsächlich jetzt nicht so optimal. Weil vor allem die Gegner ja einen Nahkämpfer haben. Und wir gegen den nicht wirklich viel machen können. Muss mal gucken. Kann ich hier vielleicht noch die Penny wegholen? Kann ich hier noch die Penny wegholen? Ich glaube nicht, weil der Crow mich da jetzt wegsniped. Schade. Schade, schade, schade. Das hat einfach tatsächlich von den... Von unseren Teammates einfach nicht hingehauen. Aber, Leute. Es klappt nicht alles. Wir machen auf jeden Fall nochmal eine zweite Runde. Ich konnte jetzt auch leider nicht wirklich viel machen. Ich werde mich aber jetzt an der nächsten Runde nochmal ein bisschen besser konzentrieren. Und dann vielleicht probieren meine Teammates so ein bisschen durchzucarryen. Wir gehen auf noch eine Runde. Und ich denke jetzt auch mal nicht, dass meine Teammates da nochmal mit mir spielen werden. Na komm, Kollege. Entscheide dich. Genau. Er spielt nicht nochmal eine Runde mit mir. Hätte ich aber auch nicht gemacht. Ich spiele jetzt einfach nur, damit ich nochmal ein bisschen Gameplay für euch habe. Und ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung zu den kleinen Änderungen in die Kommentare schreiben. Und das jetzt hier mit deinem Mic. Oh, wow. Der Cold ist der AFK. Und warum geht die Penny nicht in die... Warum geht die Penny erstmal außen lang? Die muss... Das ist nämlich jetzt bei uns die Gemholderin. So. Ich werde jetzt mal gucken. Hier ist irgendwo der El Primo. Da ist der El Primo. Oh, wow. Vereimt leider. Bisschen doof. Wo ist der denn? Da ist er. Na komm. El Primo. Da. Oh, wow. Der... Alter. Wir haben jetzt zweimal hier Pech gehabt mit El Primo. Das ist echt nicht cool. Aber Leute, wir holen die Runde noch. Wir holen die Runde noch. Das wird... Das wird jetzt easy. Let's go. Komm schon. Ah, wir haben den El Primo ein bisschen Schaden gemacht. Da habe ich das gerade leider meine Ultimisten verkackt. Aber trotzdem, El Primo haben wir auf jeden Fall erwischt. So. Zack, zack, zack. Ich glaube, ich wechsle aber gleich mal. Ich glaube, ich wechsle gleich mal. Ah, wobei... Wir haben den... Haben wir den weggeholt? Ja, wir haben den Bauer weggeholt. Sehr cool. Aber es bringt uns jetzt gerade nichts, weil wir noch mindestens mal fünf Gems brauchen. Hier ist der El Primo. Da ist er. Läuft hier außen lang, Leute. Ihr seht das. Ist jetzt da hinten lang gelaufen. Ey, der hat mich ja mal voll komplett gescammt. Alter, wir haben gerade echt kein Glück mit unseren Teammates, beziehungsweise... Ich weiß noch nicht, ob es an mir liegt, aber... Man soll ja nie die Schild auf sich selber nehmen. Bzw. man soll immer die Schild auf sich selber nehmen. What the fuck? Ich bin dumm. Man kann immer... Man sollte eigentlich immer probieren, probieren, die Teammates durchzucurren. Ich kann nicht spielen, ohne dass wir reden. Ja, ich nehme aber gerade ein Video auf. Ich bin gerade mittendrin. Wir müssen nur noch einen Kampf machen. Wie, du nimmst gerade ein Video? Ja, ich bin gerade mit einem Video. Ist doch egal. Komm, ein paar Teamspeak oder zocken wir so. Ja, okay. Okay, Leute. Ich habe mir jetzt hier nochmal einen kleinen Gast dazu geholt. Und zwar in die Seax. Mit ihm müssen wir auf jeden Fall nochmal ein drittes Battle gewinnen, Leute. Ihr wisst es ja. Alle guten Dinge sind drei. Genau, Moritz, auch am Start. Und, Alter, du hast... Du hast dir den 29 Dollar Crow Skin geholt. WTF, Junge. Das ging ja mal wieder richtig down. Was, der kostet 29 Dollar? Ja, ich glaube 29 oder 27 Dollar. Der ist auf jeden Fall richtig teuer. Doch. Echt? Doch. Ich habe gar nicht so realisiert, dass der so teuer ist, weil ich immer in Clash Royale Gems... Ja, ich auch. Ich habe damit auch so voll das Problem. Ich denke immer so, ja, okay, 59 Gems. Das ist ja eigentlich nur so 2 Cent. Dabei sind das irgendwie so 4 Euro oder so. Ja, das ist der Trick, den du versichert. Ist halt ehrlich so. Das ist übel, der gute Trick. Okay, naja, ich habe die Shelly bekommen. So, wer von denen hat denn die Gems? Ach, der... Der Brook hat die Gems. Ja, der Brook, der ist da auch richtig definitiv. Defensiv am Chillen, so weißt du. Jetzt gärt' ich ihn. Okay, warte. Wacht der wirklich nix. Ach, okay, leider. Oh, der wurde gute verarscht hier eben. Deswegen ist, man kann die eigentlich gut aus der Mitte raushalten, weil das sind alles Range. Also, äh, außer jetzt der Brook sind eigentlich alles, äh... Nahkämpfer, ja. Nahkämpfer, ja. Nahkämpfer, ja. Nee, Nahkämpfer meinst du. Äh, ja, mein ich doch. Alles klar. Man muss nur schauen, dass der Brook eigentlich hittet, weil der... Oh, wow. Ich wollte gerade sagen, irgendwo muss hier noch ein El Primo sein. Und auf einmal kam er da raus. Trotzdem ist er leider tot. Die Shelly geht wieder down. Die Shelly kann da wirklich so gut gehen. Nein! Ey, der El Primo ist auf der Map so stark, der kann sich da so einfach von der Seite wechseln. Das ist so krank. Du musst mir natürlich jetzt auf jeden Fall wegholen. Der darf auf keinen Fall mit den Juwelen entkommen. Jo, dann nimm du die. Nimm du die. Ich gehe in den Nahkampf. Ja, ich bin... Okay, ich habe 10, Alter. Easy. Ja, get in the... Get in the way. Okay. Halte nur ein bisschen rein, so. Mach den... Vergiftet ihn ein bisschen, dass sie sich nicht hielen können. Jetzt springe ich einfach mal mit meiner Ulti raus. Ich habe sie alle weggeballert. Easy, easy, easy. Und nochmal. Boom. Nice. Nice, 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 Leute. Okay. Ich würde sagen, da bin ich dann nochmal Starspieler am Ende geworden. Das war nochmal eine schöne Abschlussrunde. Ihr könnt gerne auch mal bei ZX vorbeischauen. Link zu seinem Kanal ist in der Videobeschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, war es jetzt mit dem Video. Haut rein und lasst es sein. Euer Clash Games und... Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.